Meine Schwiegermutter, empört über meine Anwesenheit, zeigte auf das Luxushotel und spottete. Vielleicht lassen sie dich als Bettler rein. Doch als sie erfuhr, wie es um meine finanzielle Situation wirklich bestellt war, flehte sie fast auf Knien um Vergebung. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Mein Name ist Nora Calixto, und heute Abend, wie die meisten Abende seit meiner Ankunft in Monte Carlo, saß ich alleine in einem kleinen Café auf dem belebten Casino-Platz. Es war eine große Veränderung im Vergleich zu dem luxuriösen Leben, in dem ich geboren wurde. Aber nach meinem Abschluss an einem angesehenen College in den USA, da ich nicht in Brasilien studieren wollte, wollte ich einfach eine einfache Pause machen. Mein Vater, Besitzer von Hotels und Technologieunternehmen auf der ganzen Welt, hat diese Notwendigkeit nach Einfachheit nie verstanden. Ich benutze den Nachname meiner Mutter, um die Dinge real zu halten und dem Aufsehen aus dem Weg zu gehen. Der Abend kühlte ab, als er hereinkam. Daniel schien den Ort zu besitzen, oder zumindest benahm er sich so, mit einem Selbstbewusstsein, das wahrscheinlich daher kam, dass er einen Anzug trug, der mehr kostete als die Miete der meisten Menschen. Er kam näher und zog einen Stuhl vor mir heraus, ohne zu fragen. Darf ich mich setzen? Eh, sagte er schließlich, nachdem er bereits saß. Sein Lächeln war bezaubernd, wahrscheinlich einstudiert. Es scheint, als ob du schon sitzt, eh, antwortete ich und hob meinen Blick kaum vor meinem Kaffee. Er lachte leise, der klang etwas zu sanft. Ich bin Daniel, und du bist? Eh, Nora, eh, antwortete ich knapp und warf ihm einen kurzen Blick zu. Er war nicht mein üblicher Typ, zu glatt, aber ich gebe zu, er war hübsch. Also, Nora, was bringt ein Mädchen wie dich an einen teuren Ort wie diesen allein? Ehe seine Stimme hatte einen Hauch von Herausforderung, und ich war mir nicht sicher, ob ich amüsiert oder verärgert war. Ich genieße einfach meinen Kaffee, antwortete ich und hielt die Antwort vage. Was ist deine Ausrede? Ich könnte Geschäfte sagen, aber ich würde heute Abend lügen. Lassen Sie uns sagen, ich suche etwas Interessantes, und es scheint, als hätte ich es gefunden, sagte er und fixierte mich mit seinem Blick. Ich hob eine Augenbraue. Ich hoffe, der Kaffee erfüllt ihre Erwartungen dann. E. Daniel lachte und sagte, etwas sagt mir, dass du schon darüber hinweg bist. Ich war nicht hier, um Freunde zu finden, definitiv nicht auf der Suche nach einer Affäre. Hör zu, ich bin nicht eine dieser Mädchen, die auf Anmachsprüche hereinfallen, wenn das ist, was du versuchst, und ich bin sicherlich nicht an irgendwelchen Spielen interessiert, die du spielst. Wer hat gesagt, dass ich spiele? E. fragte er seine Stimme etwas leiser. Erfahrung E., antwortete ich. Du setzt dich ohne Einladung, fängst mit einem Anmachspruch an und wartest. Er lehnte sich zurück, wirkte wirklich amüsiert. Du bist hart, das gefällt mir. Ich suche keine Nummer, nur ein Gespräch, aber wenn es zu viel ist, sag das Wort und ich verschwinde. Ich überlegte einen Moment. Monte Carlo war schön, aber einsam. Vielleicht würde ein kleines Gespräch nicht schaden. In Ordnung, aber bleib locker. Wir unterhielten uns eine Weile, das Gespräch überraschend einfach. Er drängte nicht auf persönliche Details, und ich bot keine an. Als der Abend voranschritt, merkte ich, dass ich trotz meiner anfänglichen Vorbehalte das Gespräch genoss. Daniel war nicht wie die typischen Jungs, die versuchten, mich mit ihren Geldbörsen oder Verbindungen zu beeindrucken. Er hatte eine Luft von jemandem, der sich an die guten Dinge gewöhnt hatte, aber nicht davon definiert wurde. Als die Nacht abkühlte und es Zeit war zu gehen, sagte ich, nun, Daniel, das war unerwartet angenehm. Hast du dich überrascht? E fragte er mit einem Lächeln. Vielleicht ein bisschen. Gute Nacht, Daniel. Nach diesem ersten Treffen mit Daniel schienen die Nächte im Monte Carlo etwas weniger einsam. Er hatte die Angewohnheit, überall dort aufzutauchen, wo ich mich aufhielt, sei es tagsüber auf den örtlichen Märkten oder bei einem späten Abendessen allein. Seine Hartnäckigkeit war nicht lästig, überraschenderweise war das Gegenteil der Fall. Vielleicht, weil er nicht aufdringlich war, schien er wirklich an meiner Anwesenheit interessiert zu sein. An einem lauen Abend, als ich den Sonnenuntergang am Horizont beobachtete, tauchte er mit zwei Kaffee in der Hand auf und setzte sich neben mich, ohne ein Wort zu sagen. In der Annahme, ich wolle Kaffee, scherzte ich und hob eine Augenbraue. Er reichte mir eine Tasse. E wenn ich mich irre, nehme ich beide. E gut geraten, sagte ich und nahm den Kaffee an. Wir saßen eine Weile schweigend da, und das Rauschen der Wellen erfüllte die ruhigen Momente. E du hast mir nie erzählt, was du in den Staaten machst, brach Daniel schließlich das Schweigen. E ich dachte, das sei unwichtig. E Arbeit, jetzt genieße ich einfach die Tatsache, dass ich nicht arbeite. In den nächsten Tagen entwickelte sich eine leichte Routine zwischen uns. Daniel zeigte mir Teile von Monte Carlo, die ich noch nicht erkundet hatte. Wir sprachen über alles und nichts. Filme, Bücher, unsere Lieblingsspeisen Er liebte es, über den besten James-Bond-Darsteller zu streiten, wobei er Daniel Krieg vehement verteidigte, während ich die Klassiker wie schon Connery bevorzugte. Eines Tages, als wir am Strand spazieren gingen, blieb er plötzlich stehen und sah mich ernst an, ein Blick, den ich noch nie gesehen hatte. Äh, Nora, ich weiß, ich bin nur ein Typ, den du in einem Café getroffen hast, aber die letzten Wochen waren, ich weiß nicht, anders und besser wegen dir. Auch ich hielt inne, unsicher, wie ich antworten sollte, Gefühle waren hier nicht vorgesehen. Äh, Daniel, ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir, aber das ist nur eine Pause für mich, ich suche keine Komplikationen. Er nickte langsam und holte Tiefluft. Äh, ich verstehe, kein Druck, du sollst nur wissen, dass ich hier bin, okay, und ich finde dich toll. Die Tage wurden zu Wochen und meine Zeit in Monte Carlo neigte sich dem Ende zu. Daniel und ich verbrachten immer mehr Zeit miteinander, und was als lockere Spaziergänge und Plaudereien begann, entwickelte sich zu späten Abendessen und frühen Frühstückszeiten. Es war das Letzte, womit ich gerechnet hatte, mich unter den Sternen des Mittelmeers in jemanden zu verlieben. Dann, eines Abends, ließ er eine Bombe platzen. Ich komm mit mir zurück, Nora, arbeite für meine Firma in den Vereinigten Staaten, ich weiß, es kommt plötzlich, aber ich glaube, es könnte großartig sein. Die Idee war verrückt, völlig verrückt, und doch war ein Teil von mir verlockt. Das Abenteuer reizte mich, die Idee, die Sache weiter zu verfolgen und zu sehen, wohin sie führen könnte. In die Vereinigten Staaten zurückzukehren, fühlte sich an wie der Eintritt in ein alternatives Universum. Daniels Angebot war nicht nur ein Job, es war eine Einladung in sein Leben. Und plötzlich lebte ich in einer gewöhnlichen Wohnung, in einem gewöhnlichen Stadtteil, und spielte die Rolle eines gewöhnlichen Mädchens, das vom Glück verlassen war. Mein Vater hatte jedoch andere Vorstellungen davon, was es hieß, gewöhnlich zu sein. Er tauchte eines Nachmittags unangekündigt auf, als ich gerade dabei war, meinen letzten Karton auszupacken. Sein lautes Lachen erfüllte mein kleines Wohnzimmer, als er in der Tür stand. »Aenora versteckt sich im Verborgenen, was?« »E«, lachte er und umarmte mich so fest, dass er mir fast die Rippen brach. »E also, erzähl mir von dieser Entscheidung, dieser Junge muss etwas Besonderes sein, damit du so einziehst.« Sein Ton war sanft, aber ich merkte, dass er nachfragte und seine Pflicht als Vater erfüllte, um jeglichen Ärger aufzuspüren. Ich seufzte und setzte mich auf das Sofa. »E er heißt Daniel, er ist anders, Papa, er weiß nichts von all dem eh«, rief ich aus und winkte vage mit dem Finger, um den Reichtum und die Komplikationen anzudeuten, die damit verbunden waren. Mein Vater setzte sich neben mich, sein Gesichtsausdruck war nun ernst. »Einora, du weißt, dass du das nicht ewig geheim halten kannst, wenn er Teil deines Lebens sein soll, muss er wissen, wer du bist.« »E ich weiß, Dad, ich will mir nur sicher sein, bevor ich die Dinge verkompliziere, aber danke, dass du auf mich aufpasst.« Er zerzauste mein Haar, wie er es immer tat, als ich noch ein Kind war. »Er denkt immer daran, wenn du etwas brauchst, ich bin nur einen Anruf entfernt, und ich habe meine Augen überall eh«, fügte er augenzwinkernd hinzu. »Die nächsten Wochen waren ein Wirbelwind der Anpassung an meinen neuen Job und mein neues Leben.« Daniel war ständig präsent, unterstützte mich und war so charmant wie immer. Allerdings hatte er jetzt etwas an sich, eine Art Säure, die mit der Verantwortung einherging, die er trug. Eines Abends, bei einem ruhigen Abendessen bei mir zu Hause, brachte Daniel ein Thema zur Sprache, vor dem ich mich gefürchtet hatte. »Einora, wann, glaubst du, werde ich deine Eltern kennenlernen?« »Ich habe das Gefühl, dass ich einen großen Teil deines Lebens verpasse.« Ich hielt inne, die Last des Augenblicks lastete auf mir. »Ein nun, meine Mutter ist schon vor langer Zeit verstorben, und mein Vater ist nur ein gewöhnlicher Lastwagenfahrer, wir reden im Moment nicht gerade miteinander.« Daniel runzelte die Stirn, ein Hauch von Sorge ging über sein Gesicht. »Ein, es tut mir leid, das zu hören, aber weißt du, wenn du so weit bist, würde ich dich gerne kennenlernen. Familie ist wichtig.« Ich nickte, wusste seine Gefühle zu schätzen, kannte aber nur zu gut die Realität der Welt meines Vaters, eine Welt, die ich Daniel noch nicht vorstellen wollte. Das Leben mit Daniel entwickelte sich in einem Tempo, das ich nie erwartet hätte, und wir waren bereits dabei, unser Leben miteinander zu verschmelzen. Meine Arbeit in seiner Firma lief sehr gut, und wir vertieften unsere Beziehung. Es fühlte sich an, als würden wir uns auf etwas Großes vorbereiten, aber ich war immer noch überrascht, als der große Moment tatsächlich kam. Es war ein ganz normaler Abend, wir waren bei ihm zu Hause, in einer gemütlichen und schicken Wohnung mit Blick auf die Skyline der Stadt. Wir hatten geradezu Abend gegessen, nichts Ausgefallenes, nur etwas zu mitnehmen, weil keiner von uns kochen wollte. Wir saßen auf dem Sofa, im Hintergrund lief ein Dokumentarfilm über das Leben im Meer, den man sich zwar ansieht, mit dem man sich aber nicht wirklich beschäftigt. Daniel drehte sich zu mir um, sein Gesichtsausdruck war ernster, als es die Situation erforderte. Er nahm meine Hand, und ich spürte plötzlich, wie mein Herz zu rasen begann. Äh, Nora, ich habe über uns nachgedacht, über alles, was wir durchgemacht haben, und über alles, was ich mir für uns in der Zukunft wünsche. Äh, ich verstehe, eh, mein Mund fühlte sich plötzlich trocken an. Äh, ich liebe dich, Nora, ich liebe alles an dir, und ich möchte mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Er hielt inne, und ich konnte sehen, wie er schluckte, als sei er nervös. Äh, ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Willst du mich heiraten? Einfach so, ohne auf die Knie zu fallen, ohne eine Ringschachtel zu öffnen. Es war direkt, echt und so Daniel. Äh, ja, äh, sagte er, fast wie eine Erleichterung. A jar it will. Er lächelte, dieses breite, ansteckende Lächeln, das mich vom ersten Tag an überzeugte, und umarmte mich fest. Wir verbrachten den Rest des Abends damit, über unsere Zukunft zu sprechen, darüber, was wir wollten, wo wir uns sahen. Es war aufregend und ein bisschen beängstigend, aber es fühlte sich richtig an. Die nächste Herausforderung kam, als ich es meinem Vater sagte. Ich hatte erwartet, dass er sich freuen würde, aber seine Reaktion war lauwarm. Äh, du weißt, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche als dein Glück, Nora, aber bist du dir da sicher? Es geht alles so schnell, äh, sagte er, seine Stimme schwer vor Sorge. Äh, ich bin mir sicher, Papa, er ist ein toller Kerl, du wirst sehen. Ich versuchte, zuversichtlicher zu klingen, als ich mich fühlte. Erseufst. Äh, na gut, aber versprich, dass du einen Ehevertrag unterschreibst, nur für den Fall. Das Wort I-Ehevertrag ihr machte mir keine Angst. Es war einfach ein weiterer Teil des modernen Ehepakets, vor allem bei jemandem, der so viel zu verlieren hatte wie ich, auch wenn Daniel das ganze Ausmaß nicht kannte. Äh, sicher, Dad, wir kümmern uns darum, eh, versicherte ich ihm. Äh, das ist gut, und dann, Nora, werde ich nicht bei der Hochzeit sein, ich will dir deine Geschichte vom einfachen Mädchen nicht verderben. Dann wurde uns Daniels Mutter vorgestellt, und ihr Empfang war von Anfang an frostig. Während des Abendessens im Haus der Familie musterte sie mich mit einem Blick, der den Raum erstarren ließ. »Äh, Daniel, bist du dir bei diesem Mädchen sicher?« »Sie scheint nicht in unsere Familie zu passen, eh«, sagte sie direkt. Daniel versuchte, die Wogen zu glätten, aber seine Mutter war unerbittlich. »Eh, ein Ehevertrag ist nicht verhandelbar, öh«, beharrte sie. Ich stimmte ohne zu zögern zu, da ich wusste, dass dies die Spannungen lindern würde. »Ehe, absolut, ich würde es nicht anders haben wollen, ne«, sagte ich, als wir später die Bedingungen im Beisein eines Anwalts formulierten. Trotz dieser Hindernisse war unsere Hochzeit auf dem Malediven atemberaubend. Als ich neben Daniel stand, das Meer hinter uns rauschte und wir den Sand unter unseren Füßen spürten, kam in mir eine Welle der Hoffnung auf. Es gab nur uns, unsere Liebe und eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten wollten. Trotz des schwierigen Starts mit den Erwartungen der Familie begann das Eheleben besser, als ich es mir hätte erhoffen können. Daniel und ich zogen in unser neues Haus ein, ein wunderschönes Haus mit mehr Platz, als wir jemals brauchen würden. Es sollte der Beginn unseres perfekten gemeinsamen Lebens werden. Ich stürzte mich in die Arbeit, fest entschlossen zu beweisen, dass ich mehr war als nur die Frau des Chefs. Meine Rolle im Unternehmen war schon immer anspruchsvoll gewesen, aber jetzt kamen noch zusätzliche Erwartungen hinzu. Ich leitete nicht nur Projekte, sondern war auch an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Daniel schien stolz zu sein, zumindest anfangs. Bei Besprechungen stellte er mich mit einem Hauch von Stolz in der Stimme vor, »Das ist Nora, meine Frau und unsere Projektleiterin.« Doch als die Monate vergingen und die Projekte unter meiner Leitung erfolgreich wurden, beträchtliche Gewinne einbrachten und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöhten, veränderte sich etwas in Daniel. Zuerst war es ganz subtil. Ein Kommentar hier, eine Bemerkung dort. Eines Abends, als wir beim Abendessen saßen, sprach er das Thema an, »Nora, du machst dich sehr gut bei der Arbeit, vielleicht zu gut.« Ich blickte verwirrt von meinem Teller auf. »Was meinst du damit? Zu gut?« »Ist das nicht gut für die Firma?« Er gab es zu und fuchtelte mit dem Essen auf seinem Teller herum. »Es ist gut für die Firma, aber weißt du, die Angestellten fangen an zu sagen, dass es dort zu einer Nora-Show wird.« Seine Worte verletzten mich ein wenig. »Ei, ist das nicht ein bisschen ungerecht?« »Ich dachte, du würdest dich freuen, dass es uns gut geht.« »Ei, ich freue mich ja auch, aber es ist einfach zu viel, weißt du?« »Alle reden ständig über dich, darüber, wie du die Dinge handhabst, und ich frage mich, wo ich da hineinpasse.« Dieses Gespräch war das erste von vielen und als das Geschäft wuchs, nahm auch die Spannung zwischen uns zu. Daniels ehemals unterstützende Haltung war nun von Unmut geprägt. Ich konnte es nicht verstehen, denn er war derjenige, der mich ermutigte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Dinge verschlimmerten sich, als seine Mutter für ein paar Wochen zu uns kam. Ihre Anwesenheit im Haus brachte eine traditionelle, altmodische Einstellung mit sich, die ich immer zu vermeiden wusste. Sie machte beiläufige Bemerkungen über meine Arbeit und darüber, dass eine Ehefrau zu Hause präsenter sein sollte. »Du bist immer im Büro, Nora, wann hast du denn Zeit, dich um deinen Mann zu kümmern?« Ich versuchte, sie zu ignorieren, um den Frieden zu wahren, aber ihre Worte vertieften nur die wachsende Kluft zwischen Daniel und mir. Es schien, dass kein noch so großer Erfolg im Beruf das Wettmachen konnte, was zu Hause langsam zerbröckelte, und je mehr ich erreichte, desto mehr litt unsere Ehe. Eines Abends kam Daniel stirnrunzelnd nach Hause. »Nora, ich glaube, du solltest die Firma verlassen, wir müssen uns auf unsere Familie konzentrieren, und es scheint, dass deine Rolle dort zu großen Spannungen führt.« »Ehe die Firma verlassen? Aber warum denn? Ich habe so viel beigetragen.« Meine Stimme war eine Mischung aus Unglauben und Wut. »Es ist das Beste, du kannst dich auf das Haus konzentrieren und vielleicht den Garten anlegen, von dem du immer gesprochen hast.« Sein Tonfall war herablassend, als ob er über etwas Triviales entscheiden würde, nicht über meine Karriere. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass er unser gesamtes Dienstpersonal entlassen hatte, Zimmermädchen, Köche, Gärtner, alles lag nun in meiner Verantwortung. »Ey, du wolltest dich zu Hause mehr engagieren, hier ist deine Chance«, sagte ich ihm fast kalt. Ich hatte keine Angst vor der Hausarbeit, aber die Art und Weise, wie sie mir auferlegt wurde, erschien mir falsch, das war nicht der liebevolle und fürsorgliche Mann, den ich geheiratet hatte, das war jemand, der intolerant und kontrollierend war. Seine Mutter, die zu dieser Zeit bei uns war, schien sich über die Situation zu freuen. »Eher ist gut für eine Ehefrau, sich auf ihr Zuhause zu konzentrieren«, sagte sie und lächelte leicht, wenn Daniel über meine neue Rolle als Vollzeithausfrau sprach. »Als ich mich auf diese unerwartete Wendung in meinem Leben einstellte, konnte ich nicht anders, als mich zu schämen. Ich schämte mich, dass ich es nicht hatte kommen sehen, und ich schämte mich, meinem Vater gegenüber zuzugeben, dass er vielleicht Recht hatte mit Daniel. Als Daniel eine Reise nach Monte Carlo vorschlug, um vielleicht das, was von unserer Beziehung noch übrig war, wieder aufleben zu lassen, war ich zögerlich, aber hoffnungsvoll. Diese Hoffnung schwand jedoch schnell, als seine Mutter ankündigte, dass sie uns begleiten würde. »E, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr verreist, eh«, verkündete sie lautstark, als wäre es ein unumstößliches Dekret. Daniel empfing sie natürlich mit offenen Armen, ohne daran zu denken, was ich davon halten würde. Wir mieteten ein kleines, charmantes, aber teures Haus in Monte Carlo, das schnell zu meinem Gefängnis wurde, statt zu einem Zufluchtsort. Von Anfang an betrachteten Daniel und seine Mutter die Stadt als ihren Spielplatz. Sie mieteten Luxusautos, besuchten exklusive Boutiquen und speisten in den besten Restaurants, während ich mich um das Haus kümmern musste. Sie verlangten hausgemachte Mahlzeiten und machten mich zu einem Dienstmädchen in einem Ferienhaus, das kochte und putzte, während sie die Stadt besichtigten. Je mehr Tage vergingen, desto schärfer wurden die Kommentare von Daniels Mutter, desto bissiger ihr Ton. E wirklich, Nora auf Kosten anderer zu leben, muss ein tolles Leben sein, was? E, hünte sie, ihre Worte waren wie ein Schlag, der als Lächeln getarnt war. Daniel hat mich nie verteidigt, sondern nur gelacht. Sein Lachen war jedes Mal ein Verrat, wenn es von den kalten Wänden unseres provisorischen Heims wiederhalte. Ich fühlte mich isoliert, die Helligkeit der Stadt wurde durch den Schatten ihrer Verachtung übertönt. Eines Abends kamen wir an einem großen alten Hotel vorbei, dessen Fassade an eine Welt voller Eleganz und Respekt erinnerte. Daniels Mutter sagte mit vonneitriefender Stimme, »Ih, du glückliche Milliardenerbin, stell dir vor, so ein Hotel zu besitzen, über so einen Palast zu herrschen.« An diesem Abend, in einem Restaurant mit Blick auf das Meer, zerbrach auch der letzte Rest meiner Geduld. Als wir uns setzten, winkte sie dem Kellner mit einer gebieterischen Geste zu. »E, für Nora reicht das billigste Gericht, wir müssen sie nicht mit Extravaganzen verwöhnen, die sie nicht verdient, eh,« erklärte sie laut genug, dass die Nachbartische es hören konnten. Daniels Antwort war ein Lachen, und seine Zustimmung kam nicht nur aus seinem Mund, sondern auch aus einer abweisenden Handbewegung. »E, bleiben wir bei den Grundlagen.« Die Demütigung traf mich wie die Wellen, die an die Felsen unter uns schlugen. Ich erhob mich von meinem Stuhl, wobei das Geräusch meines Sitzes meinen inneren Aufruhr wiederhalte. »E, ich werde mir das nicht länger gefallen lassen,« erklärte ich mit zitternden Händen, aber fester Entschlossenheit. »E, ich lasse mich von dir scheiden, Daniel.« Die kalte Luft von Monte Carlo war nichts im Vergleich zum Eis des Verrats, als ich das Restaurant verließ. Anstatt sich zu entschuldigen, folgten mir Daniel und seine Mutter mit Beleidigungen. Die Stimme meiner Schwiegermutter ertönte scharf und klar, »Sieh sie dir an, eine Bettlerin, die meines Sohnes nicht würdig ist.« Mein Herz raste, aber bevor ich weiterkommen konnte, griff Daniel nach meiner Tasche, die er mir von der Schulter nahm, und seine Finger drückten fest zu. »E, das ist mein Geld, Nora, nur zu, kriech, wenn du musst!« Seine Stimme klang voller Verachtung, als er die Tasche wegzog und mich fassungslos neben sich auf dem Bürgersteig zurückließ. Seine Mutter lachte grausam, ihre Augen funkelten vor Bosheit. »E, vielleicht lernst du jetzt, in Monte Carlo zu betteln, denn das ist alles, wozu du taugst.« Ihr Lachen heilte die Straße hinunter, während ich grundlos und allein dastand. Doch als sie ihre letzten Beleidigungen ausstießen, griff das Schicksal ein. Wir befanden uns in der Nähe des großen alten Hotels, um das uns Daniels Mutter früher beneidet hatte, weil sie sich wünschte, es würde ihr gehören. Sie deutete auf das Hotel und sagte spöttisch, »Vielleicht lassen sie dich als Bettler rein.« In diesem Moment öffneten sich die Hoteltore und ein Wachmann erschien, der mich sah. Sein Gesicht leuchtete auf, als er mich erkannte. »E, Fräulein Garcia E.,«, rief er freundlich und ging auf mich zu, um mich respektvoll zu begrüßen. In dem Moment, als er meinen Namen sagte, änderte sich die Atmosphäre. Daniel und seine Mutter blieben stehen, ihr Gesichtsausdruck wechselte von Zufriedenheit zur Verwirrung. Der Wachmann lächelte breit. »I, ihr Vater hat uns gesagt, dass Sie mitkommen können. Bitte, hier entlang, das beste Zimmer ist immer für Sie reserviert, so wie es Herr Garcia angeordnet hat.« Daniels Mutter erbleichte, ihre Worte wurden im Mund zu Asche. »U, Garcia?« »Wie der Milliardär Garcia?« »E«, stammelte sie, ihr Stolz bröckelte. Ich ignorierte die beiden und ging auf den Wachmann zu, wobei sich meine Haltung aufrichtete. »E, danke, Pierre E.,« sagte ich ruhig, aber innerlich fühlte ich eine Mischung aus Erleichterung und Rache. Hinter mir ertönte Daniels verzweifeltes Flehen. »Ein, Nora, bitte, ich habe es nicht so gemeint.« Seine Mutter, die nicht zurückbleiben wollte, rief an ihrem Sohn vorbei. »Vielleicht können wir wenigstens auf einen Drink reingehen.« Ich drehte mich nicht um, als ich das Hotel betrat, und die Türen schlossen sich hinter mir, es war symbolisch, das Chaos meines alten Lebens hatte ein Ende. Pierre begleitete mich zur Rezeption, wo mich das Personal mit der Ehrerbietung begrüßte, die der Tochter ihres Arbeitgebers gebührt. Der Flug zurück in die Vereinigten Staaten war lang und gab mir viel Zeit, über meine nächsten Schritte nachzudenken. Als ich landete, war meine Entschlossenheit so stark wie das Pflaster der Stadt, bereit, betreten zu werden, aber unerschütterlich unter dem Druck. Am nächsten Tag fand ich mich in der Kanzlei eines angesehenen Anwalts wieder. Die Dokumente lagen vor mir ausgebreitet wie ein Schlachtplan. E. während ihrer Zeit in der Firma hat ihr Mann offenbar aufgehört, ihnen die Boni zu zahlen, die ihnen für die millionenschweren Geschäfte zustanden, die sie abgeschlossen haben, E., stellte der Anwalt fest, sein Tonfall war eine Mischung aus Überraschung und Empörung. E. das hört sich ganz richtig an, E., seufzte ich, während mir die unzähligen Stunden durch den Kopf gingen, die ich diesem Unternehmen gewidmet hatte. und der Erfolg, zu dem ich es geführt hatte. E. wir verklagen sie auf drei Millionen Dollar. Der Gerichtssaal war kalt und steril, ein deutlicher Kontrast zu den eifrigen Blicken, die Daniel durch den Raum warf, während er sich durch seine Verteidigung tastete. Der Mann, den ich einst liebte, sah geradezu erbärmlich aus. Als das Urteil verkündet wurde, ein überwältigender Sieg, bei dem mir drei Millionen zugesprochen wurden, fiel Daniels Gesicht in sich zusammen. Außerhalb des Gerichtssaals hielt er einen letzten Appell. E. Nora, alle lachen über mich, ich habe einen Fehler gemacht, können wir noch einmal von vorne anfangen? Seine Worte hatten mich vielleicht einmal sehr berührt, aber diese Zeit war bereits vorbei. E. dir fehlt einfach das Geld, Daniel, vielleicht hörst du nächstes Mal weniger auf deine Mutter, sagte ich in einem schneidenden Ton. Ich drehte mich um und ging weg, das Geräusch meiner Absätze auf dem Bürgersteig markierte das Ende dieses Kapitels. Als ich nach Hause kam, stand ich meinem Vater gegenüber. Die Luft zwischen uns war schwer von unausgesprochenen Worten, bis ich das Schweigen brach. E. Papa, ich hätte auf dich hören sollen. Er umarmte mich, seine Geste war warm und vergebend. E. du musstest es selbst lernen, jetzt weißt du es, und Wissen ist die halbe Miete. Wir sprachen bis spät in die Nacht über das Leben, Fehler und Neuanfänge. Sein Rat war ein Leuchtturm, als ich meine Gedanken über die Zukunft lenkte. Inspiriert von unserem Gespräch begann ich mit der Planung meines nächsten Vorhabens. Meine Erfahrungen in Daniels Unternehmen haben nicht nur meine Fähigkeiten verbessert, sondern auch eine Leidenschaft für die Brausche geweckt, die ich nicht verleugnen konnte. Ich beschloss, meine eigene Investmentgesellschaft zu gründen, und mit meinem Fachwissen und dem großzügigen Angebot hatte ich die Mittel, etwas Sinnvolles, etwas Eigenes zu beginnen. Wochen wurden zu Monaten, während ich mein Unternehmen von Grund auf aufbaute. Die Herausforderungen waren enorm, aber aus jedem Rückschlag lernte ich eine Lektion. Jeder Erfolg bestätigte mir, dass ich auf dem richtigen Weg war. Als ich in meinem neuen Büro mit Blick auf die belebten Straßen unter mir saß, wurde mir bewusst, wie weit ich gekommen war. Von einer desillusionierten Frau in einer lieblosen Ehe zu einer kompetenten Geschäftsfrau. Der Weg war voller Hindernisse, aber jedes einzelne machte mich stärker. das spätigte mich bisher, wir präsentieren, das z Во 4-5-5-5-190-е